Hallo, ich bin Gnichel, ich bin Schauspieler, Moderator und Sprecher und ich spreche den Zauberer Zappalot. Wie bist du zu der Rolle des Zappalot gekommen? Wie ich zu der Rolle des Zappalot gekommen bin? Ich wurde gefragt. So einfach. Was magst du an der Rolle? Also was ich an dieser Rolle mag ist, dass er ein lieber Zauberer ist, der auch sehr, sehr hilfsbereit ist und vor allen Dingen auch oft der Problemlöser. Also er ist einfach hilfsbereit, so wie ich auch persönlich und das mag ich. Wie beschreibst du deine Rolle, den großen Magier Zappalot? Ja, also habe ich ja quasi mit Punkt 2 schon beantwortet, denn das, was ich an ihm mag, das ist auch so die Beschreibung von ihm eigentlich. Also er ist hilfsbereit, ist immer da, ist der Problemlöser. Er ist lehrreich, kann man auch sagen. Also er gibt seine Lehren weiter und ist ein feiner Kerl. Ja, das ist der große Zauberer. Und er hat halt schon sehr, sehr viel Erfahrung gemacht und ist dadurch auch sehr weise geworden und kann seine Erfahrungen auch weitergeben. Ja, kommt mir auch sehr bekannt vor. So. Was würdest du an deiner Rolle ändern bzw. ändern lassen? Also was ich daran ändern würde oder ändern lassen würde, das ist wirklich so zu beantworten, dass man einfach, also ich würde da nichts ändern. Also bei Rollen, wo ich was ändern würde, mit denen wäre ich ja unzufrieden. Und dann würde ich die Jobs, glaube ich, ablehnen. Oder kam mir auch schon vor, dass ich wirklich mit Rollen sehr unzufrieden war, weil sie einfach die falsche Moral rüberbringen zum Beispiel. Und dann sage ich, nein, tut mir leid, den Job kann ich nicht annehmen. So. Aber jetzt zum Beispiel beim Zapperlot, was soll man da ändern? Ich finde es auch wichtig, dass man keine negativen Vibes reinbringt. So. Natürlich gibt es höchstens mal so Sachen, die einem auffallen. Da sagt man dann so, ja, da würde ich jetzt anders reagieren. Oder man bietet etwas an, so nennt man das ja. Und sagt hier, was hältst du denn davon, wenn der das und das macht und so. Und wenn das abgelehnt wird, dann ist auch in Ordnung. Regie hat meistens dann die Oberkappe auf. Aber oftmals wird es halt auch sehr, sehr positiv angenommen. So kleine Veränderungen. Aber ich würde ja jetzt an dem Zapperlot nichts ändern. Hast du dich schon mal mit dem Thema Hexen und Zauberer auseinandergesetzt? Oder etwas im Fernsehen gesehen? Filme oder Serien? Ob ich schon mal Filme mit Hexen und Zauberer gesehen habe? Ja, die Hexe und der Zauberer zum Beispiel von Disney. Nein, ohne Flachs. Also es ist ein wunderschöner Film, den ich immer wieder gerne gucke. Aber ich liebe ja auch Disney. Nee, ich gucke alles eigentlich von Disney. Und auch ansonsten ist das auch immer der Fall. Also Hexen und Zauberer interessieren mich tatsächlich sehr viel. Ich bin absoluter Fan von Science Fiction und Fantasy. Und Fantasy ist hier wahrscheinlich das Zauberwort. Denn in Fantasy Filmen und so kommen auch ganz oft Hexen und Zauberer vor. Und deswegen, ja, beschäftige ich mich sehr viel tatsächlich damit. Mit realistischem Okkultismus quasi über Hexen und Zauberer, die es mal gegeben haben soll. Oder beziehungsweise, ja, auch mit Hexenverbrennung und so, habe ich mich weniger beschäftigt. Aber es interessiert mich trotzdem. Und wenn da so eine Doku mal kommt, dann würde ich mir die auch anschauen. Weil es ist schon interessant, woher die ganzen Sagen kommen und so. Ach so. Und ich bin absoluter Bibi-Bloxberg-Fan, muss ich noch dazu sagen. Bibi-Bloxberg höre ich, seit es Bibi-Bloxberg gibt. Und ich glaube, das hat zum ersten Mal mein Interesse an Hexen auch gefesselt tatsächlich. Ich habe auch selber viele Comics gezeichnet damals für mich so. Von Bibi-Bloxberg, von den Hörspielkassetten. Habe ich dann als Comics halt rausgemacht. Und deswegen war es eine Ehre für mich, dass ich auf der Bühne in dem Musical von Bibi-Bloxberg schon den Bürgermeister von Neustadt spielen durfte. In meinem geliebten Neustadt. Nicht wahr, Frau Kolumna? Hast du schon mal eine Figur deiner Stimme geliehen? Ja, habe ich. Das ist mein Job. Das gehört zu meinen Aufgaben dazu als Schauspieler und Sprecher. Tatsächlich sowohl als Rollen, die ich auf der Bühne mache, wiedergebe, da ist es mir tatsächlich auch immer wichtig, dass ich meine Stimme angleiche, den Rollen. Und wie ich das gerade mit dem Bürgermeister von Neustadt schon gemacht habe. Und ja, ansonsten auch in Hörspielen natürlich. Zum Beispiel im neuen Hörspiel Anomalia. Da habe ich den Mark Nicholson gesprochen. Am besten ihr sucht mal auf Spotify zum Beispiel nach Kniechel. Da seht ihr so ein paar Hörspiele. Und in der Anomalia-Hörspiele bin ich zum Beispiel gleich der Erste, den man in der ersten Folge hört. Schon mal drüber nachgedacht, Sprecher zu werden. Das habe ich auch in der Frage davor ja schon beantwortet. Ich bin ja Sprecher und ich liebe meinen Beruf über alles. Also in erster Linie bin ich ja Schauspieler, den ich auch über alles liebe. Und ja, auf der Bühne macht man oftmals dasselbe wie im Sprechen. Also das Sprecher-Sein braucht man ja auch auf der Bühne. Und es gibt halt diese unterschiedlichen Arten von Sprechen. Es gibt Synchronsprecher, Hörspielsprecher, Hörbuchsprecher. Das sind alles unterschiedliche Sprecher-Genres, die mir aber alle Spaß machen. Also es ist unterschiedliche Arbeit, aber ich liebe meinen Beruf. So, zusammengefasst gesagt. Worauf freust du dich am meisten? Worauf ich mich am meisten freue, das ist natürlich momentan die Situation nach diesem ganzen Hausarrest, den wir hatten, endlich wieder auf die Bühne zu dürfen. Also das ist für mich wirklich so, wie ich vorhin schon sagte, ich liebe meinen Job. Und ich liebe allgemein mein Leben, weil ich diesen Job ausüben darf. Und deswegen ist es für mich am schlimmsten gewesen, tatsächlich diesen Hausarrest aushalten zu müssen. Und freue mich dementsprechend einfach wieder, dass es langsam jetzt weitergeht. Und insgesamt werde ich in diesem Jahr hoffentlich mit sechs Musicals auf der Bühne stehen, mit dem ersten stand ich jetzt schon und die anderen fünf Folgen noch. Könnt ihr alles sehen, zum Beispiel auf Instagram einfach nach Gnichel suchen oder nach dem Hashtag Gnicheltermine. Da seht ihr dann auch, wann ich wo bin. Bestimmt auch in eurer Nähe, da ich in ganz Deutschland, Schweiz und Österreich auch rumtoure. Werdet ihr auf jeden Fall dann da sehen. Noch ein paar Worte in die Kamera. Ja, also, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr das alles hört und begleitet, auch was wir machen, was ich mache. Und ich freue mich sehr über diese tolle Community. Also, das ist bei mir gar nicht mal so ein Lehrer-Spruch, sondern ich freue mich da tatsächlich unglaublich drüber. Denn, ja, das sagt zwar jeder, aber es ist tatsächlich so, ohne diese Community hätte man ja keine Aufträge. Die Nachfrage bestimmt ja auch das Angebot. Und es geht halt darüber hinaus, weil man lernt ja auch seine Community teilweise kennen. Also, egal wo ich spiele und so, wenn ich das auf Instagram zum Beispiel zeige, dann sind da manchmal Leute und die kommen dann auf mich zu und sagen, hey, du bist ein Knichel, ähm, hallo, ähm, und so weiter und so fort. Und das macht mir auch Spaß. Also, es ist nicht nur so, da zu stehen und nicht zu wissen, für wen man spielt, für wen man arbeitet, sondern auch mal Leute kennenlernt. Ähm, sprecht mich auch ruhig an. Ich habe das ganz oft unter irgendwelchen YouTube-Videos, das da heißt, ich habe dich da und da gesehen, habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Also, bei mir kann ich euch sagen, dürft ihr euch natürlich trauen, das ist bei mir noch nicht so schlimm, dass ich dann so belagert werde, dass ich nichts mehr machen kann. Und, ähm, ja, das ist sehr schön. Und ich, ähm, freue mich auf jeden Fall immer auf die Zusammenarbeit in jeglicher Hinsicht mit Santiago und hoffe, dass wir auch noch sehr viel zusammen machen werden. Bis dann, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche oder was auch immer. Hm, hm, hm.